Hallo, so wie versprochen, kommt jetzt mein Video zu der Hot Car Challenge und ich sitze hier schon einen Momentchen länger, ich glaube 3-4 Minuten und es ist richtig heiß. Ich habe jetzt leider kein Thermometer, aber ich habe mir, wie andere Kollegen, auch die 20-Minuten-Marke gesetzt und ich habe hier kein Fenster auf, es ist wirklich glühend heiß. Wir haben es draußen 25 Grad und ich habe mich belesen, also es sollte dann im Auto das Doppelte an Wärme sein. Also es müssten ungefähr 42 Grad oder so sein. Oh Gott, schlechte Mathe. Ja, also es ist, wie gesagt, ziemlich heiß und ich will wirklich ausprobieren, ob das, ja, was es mit mir macht, was es mit meinem Körper macht und ja, ob ich das vorzeitig abbreche oder nicht, wer weiß, wir warten es mal ab. Gut, in 5 Minuten gebe ich euch das nächste Update und sage euch, wie es mir geht. So, 5 Minuten-Marke und ihr seht, ich glänze, ich schwitze, es ist echt tierisch heiß hier drin und es sind jetzt 26 Grad draußen. Ja, ich stehe hier in der prallen Sonne. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah, egal. Ja, und es ist echt kaum auszuhalten, wenn man sich so überlegt, Kinder, dass Kinder im Auto sind und die haben keine Chance, einfach mal rauszugehen, Fenster aufzumachen. Scheiße. Oder Tiere. 20 Minuten. Das ist, ja, wirklich einmal was einkaufen oder, keine Ahnung, vielleicht nur, weil man was drinne vergessen hat. Irgendwie was von zu Hause holen oder so, weil man es nicht gleich findet. Und man lässt die Kitty nicht so lange im Auto oder das Tier oder, keine Ahnung, gehen. Oder Ältere. Gut, die haben ja auch die Möglichkeit auszustrengen. Aber das ist echt, ich kriege einen trockenen Mund mittlerweile, aber es ist echt nicht schön. Das ist echt doof. Es ist heiß. Es ist wirklich heiß. 10 Minuten. Das ist abnormal. Das ist abnormal. Während der Schweiß in Strömen, das ist echt nicht von Vorteil, wenn man so schwitzt. Ich bin kurz davor, das hier abzubrechen. Es ist so heiß. Das ist abnormal. Alles. 15 Minuten sind um. Jetzt springen wir mal mein Radio an. 15 Minuten sind um. Ich habe noch 5 Minuten. Ja. Also ich glaube nicht, dass das ein Kind 20 Minuten aushalten kann, wenn ich schon alleine, also ich als Erwachsener, schon alleine Probleme damit habe. Und, ähm, boah, das ist heftig. Das will man keinem zumuten. Das ist zu viel. Das ist, Leute, nehmt eure Kinder mit raus. Egal, wenn ihr nur an der Tankscheibe zahlen geht. Das ist zu viel. Das ist echt nicht auszuhalten bei der Hitze. Deswegen, es ist kein Spaß und ich habe wirklich Respekt für dieser Challenge und ich bin froh. Es sind jetzt nur 5 Minuten. Ich bin froh, wenn es jetzt vorbei ist. Wirklich. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. 20 Minuten. 20 Minuten sind um und ich kann nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ich gehe duschen. Ich will was trinken. Körperlich geht es mir jetzt gerade nicht so doll. Ich habe leichte Kreislaufprobleme. Mir ist echt ein bisschen schwindelig. Mir ist komplett durchweg heiß. Also, ich bin nur am Schwitzen. Mir rinnt der Schweiß nur so runter. Respekt vor jedem, der das gemacht hat. Und ich hoffe, ich konnte mit dem Video was bezwecken. Und ich hoffe, ihr macht mit und stellt euch dieser Challenge. Denn wisst ihr, was es bedeutet, 20 Minuten im Glühenthal ist, im Auto zu sitzen, ohne irgendetwas zu machen. Ohne Fenster auf, ohne Tür auf, ausgeliefert zu sein, dieser Hitze. Das ist wirklich... Ich kann das gar nicht beschreiben. Worte können das nicht beschreiben. Das ist einfach normal. Ja. Macht mit und gebt mir ein Like, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mir Kommentare. Ich gehe jetzt unter die Dusche. Vielen Dank fürs Zusehen und nehmt es euch mal zu Herzen. Dankeschön.